Schienen mehr ein Rüstungsdepot, gelassene Minenstadt. Gut, hier geht's wohl nicht lang. Nein, hier geht's nicht lang. Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass das hier lang ging. Naja, mal wieder ein Griff ins Klo ist ja auch nichts Neues. Wollen wir hier? Nein, da würden wir nicht rüberhüpfen. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Sag doch mal was. Ja, lauf nicht hinterher, sag was. Ja, das hatten wir schon mal. Wie komm ich denn da hin? Das ist ja mal eigenartig. Muss ich jetzt zu dir vielleicht? Sind Sie wieder hier, um sich neues Material zu besorgen? Es tut mir leid, aber das ist das Beste, was ich habe. Falls es Ihnen nicht gefällt, dann borgen Sie sich was von den Roten aus. Alles klar. Viel Glück da draußen. Ich brauche mehr Munition. Sind Sie wieder hier, um sich neues Material zu besorgen? Welcher Sergeant? Ich will nur da rein, im Vorübergehen ein paar rote umnähten und dann wieder zurück zur Basis. Hey, ich werde tun, was zu tun ist. Und warum? Denn wenn ich die Schwachen, also so Leute wie euch, nicht beschütze, werde... Manchmal komm ich nicht... Sir! Muss ich hier trotzdem noch weiter? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Versuchen wir das mal. Sieht ja auf der Karte fast so aus, als wenn wir hier hin müssten. Da geht es nämlich weiter. Da ist der Lauschposten, verlassen in Minenstadt und da will ich hin. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Muss ich hier vielleicht durch? Hm, versuchen können wir es ja mal. Damit dürfte ja eigentlich kein Feind mehr sein. Die haben wir ja alle umgenietet. Da war doch kein anderer Eingang. Oder habe ich das jetzt geträumt? Ich wende, dann müssten wir ja hier lang. Komme ich hier rüber? Komme ich nicht rüber. Das ist ja mal nur eigenartig. Ja, das hatten wir schon. Aber ich dachte, du hättest inzwischen noch etwas anderes zu sagen. Was ist denn das Impulsfeld? Kann doch nicht sein, dass ich hier nochmal lang latschen muss. Das würde ja irgendwie keinen Sinn machen, jetzt so spieltechnisch gesehen. Das kann es auch nicht sein. Das macht keinen Sinn. Hm. Geht's hier weiter? Ne, das war die Mauer. Da ist der Rauschposten. Wenn man es jetzt nicht Chinesis ausspricht, dann ist es der Rauschposten. Hm. Das ist ja nun mal... Noch einer? Wo kommt der jetzt wieder her? Was haben die eigentlich immer mit Legolas? Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt hier nochmal durchlatsche. Das ist doch völliger Blödsinn, was ich hier gerade mache. Muss ich zum Vorstoßcamp Delta vielleicht? Also hier ist... Hier ist witzlos. Wollen wir mal wieder zurück ins Camp? Ja, das ist... Ne? Mal wieder ein völlig... Ein Weg gewesen, völlig umsonst. Aber so kommt man auf Spielzeit, so zieht man das Elphil künstlich in die Länge, wenn man mal wieder überhaupt nicht weiß, wo man hier hin muss. Also hier war es nicht. Wenn ihr dann auch so weit seid, oder... Höchstwahrscheinlich sitzen jetzt eine mit... Mit... Mit einem Facepalm sitzen die jetzt hier und sagen, Oh mein Gott, was macht der Noob da überhaupt? Da muss man auch gar nicht lang. Das weiß doch jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat. Ja, ich hab's schon mal gespielt, ich weiß es jetzt nicht. Aber man kann nicht alles wissen. Vor allem nicht bei Fallout. Was soll's? So, kann ich jetzt hier irgendwo wieder runterjumpen? Nein, da kann ich nicht runterjumpen. Ich muss hier durchjumpen, um dann hinten runter zujumpen. Ein Gejumpe hier, das ist ja schon fast fürchterlich. Wie ihr merkt, versuche ich jetzt diesen... Wunderbar spannend gehaltenen Rückweg durch sinnloses Gequatsche zu überspielen. Damit mir hier selber nicht langweilig wird und ich vor dem Rechner hier noch einschlafe. An dieser Stelle waren wir ja auch noch nie. Wie, also das ist mir völlig neu. Mir wäre fast so, als hätten dahinter vielleicht irgendwelche Scharfschützen gelauert. Von unseren Leuten, um dann zu warten, wann das hier weitergeht. Da wurde vielleicht einer abgeschossen. Und jetzt sind wir auch schon gleich wieder zurück an der Basis. Ich bin immer noch der Mann und wir müssen geradeaus durch. Wir versuchen das jetzt nochmal geradeaus durch. Ich kann mal hier was sehen. Hm. Da ging es zum Lauschangriff-Depot. Ne, zum Vorstoß-Dingens. Mit was ballern die da vorne eigentlich? Das ist ja schon fast furchterlich. Ja, und da ist mir das Spiel wieder abgestürzt. So, da sind wir wieder. Ups. So, wir müssen das Impulsfeld deaktivieren, nachdem mir gerade grandios erstmal das Spiel abgestürzt ist. Und da hat Norton mal wieder dazwischen gefunkt. Aber wir haben ja rausgefunden, dass da hinten gar nichts ist. Und jetzt wollten wir das hier gerade durch die Mitte versuchen. So. Das könnte ich natürlich so tun, als wären wir da hinten nicht gewesen. Was wir ja in diesem Spielstand noch nicht waren. Aber, ach, was soll's. Geht's hier lang? Geht's da vielleicht hoch? Geht's hier hoch? Nein, da geht's auch nicht hoch. Ich muss garantiert hier runter. Aber warum das nichts wird? Bin jetzt bestimmt schon dreimal dran vorbeigelaufen, wo ich eigentlich hin muss, aber... Ach, hier hinten? Ja, okay. Eigene Blödheit. Hier ging's weiter. Jetzt müsste man hier unten einen echten Flammenwerfer haben. Das wär's. Könnte man erstmal gemütlich alles auftauchen. Wenn ich ein roter Dragoner wär, ich würd mich hier irgendwo verschanzen. Oder Geiseln hinterlassen. Sechs von zehn Informationen gefunden. Ich hatte noch Glück. Wir finden doch noch fast alle. Ich dachte, dass sie mich da rausgeholt haben. Sechzig Prozent haben wir schon gefunden. Ja, die Ren... Und der ist ja auch... Aber hier wäre ich als roter Dragoner mindestens. Oh, Munition. Sehr schön. Latschen wir mal übers offene Feld. Oh. Ja, der hat... Äh... Ja, der hat ja mal aufgeräumt hier. Ja, der hat ja mal aufgeräumt. Jetzt mal ist der ganze Blödsinn ja wieder weg. Das ist ja nicht so schön. Aber spielt... Okay, Splittergranaten, Splittergewehre. Haben wir ja schon reichlich gefunden. Ich weiß gar nicht wo. Dich habe ich gesehen, mein Bester. Nicht mit Leo. Idiot. Geht das jetzt hier weiter oder geht das hier weiter? Speichern wir und rennen erst mal nach hier. Oh. Warte, wo kommst du denn hier? Tung, da liegt auch jener. Warte, wo denn? Wer Scharlatan hier? Der. Und einsammeln. Mikrofusionszelle. Ach, irgendwie haben die dicke Flinte nicht. Dann ging es wohl doch hier lang. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hat wer? Hat du? Komm, Freudenmütze. Wow. Wow. Die haben ja Sachen hier. Vielen Dank.